Drei, zwei, eins und los! Mein Name ist Jan Michael und ich will euch heute etwas über den digitalen Zwilling erzählen. Was der digitale Zwilling ist am Anfang, was kann ich mir darunter vorstellen, was verbirgt sich dahinter, wird viel diskutiert. Dann möchte ich euch mitgeben, was es gibt denn für Beispiele für den digitalen Zwilling, wie sieht sowas aus im realen Leben. Und an dritter Stelle ist natürlich auch immer spannend zu wissen, für Unternehmer gerade, wie könnte ich denn sowas, so eine Technologie für mich adaptieren. Was ist der digitale Zwilling? Man hört viel darüber, man liest viel, viele Meinungen, viele unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema. Aber grundsätzlich ist der digitale Zwilling nichts anderes als eine Zusammenstellung vieler virtueller Elemente, die ein reales Objekt ergänzen. Das kann für mich bedeuten, mein Spiegelbild, wenn ich in den Spiegel schaue, das ist ein Teil meines virtuellen Zwillings. Es kann aber auch bedeuten, meine Vitalwerte, Blutwerte, Parameter, die mich beschreiben, die mich ergänzen und mir vielleicht auch irgendwann mal helfen. Für mechatronische Systeme, wo wir uns ja schwerpunktmäßig mit beschäftigen, ist eben die Möglichkeit, Artefakte an ein Produkt, an ein System zu hängen und darüber letztlich diesen digitalen Zwilling zu kreieren. Wichtig zu wissen ist, der digitale Zwilling, der ist durchgehend verbunden. Alle Artefakte, Elemente sind eben durchgängig miteinander verknüpft, virtuell, digital und vor allem auch, und das ist das Spannende daran, mit dem System selber. Ein Beispiel für den digitalen Zwilling ist meine Testautomatisierung, die ich auf Basis von virtuellen, hybriden Tests durchführe, wo ich dann eben virtuelle Artefakte mit meinem Realsystem verkopple. Das kann eben sein, dass ich eben ein virtuelles Verhalten eines Systems habe, was ich eben virtuell simuliere und das Ganze noch mit meinen Anforderungen verknüpfe. Und das ermöglicht es mir, eine durchgängige Automatisierung meiner Testabläufe zu ermöglichen, bringt mir unheimlich viel Effizienz in die Prozesse und sichert mir letztlich Qualität. Die spannende Frage, wie führe ich den digitalen Zwilling bei mir ein? Da kann ich sagen, das ist individuell zu betrachten. Das heißt, nicht jeder braucht den digitalen Zwilling, sondern das ist eine individuelle Sache. Man muss es auf Prozesse, man muss es auf Tools, auf Software, Hardware und so weiter auf Vorgehensweisen abstimmen, um halt dieses Verhältnis aus Aufwand und Nutzen bestmöglich eben auszulegen. Das heißt, ich habe natürlich Prozesse, die ich umstellen muss. Ich habe aber auch dahinter den entsprechenden Mehrwert. Und da muss man schauen, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, sondern eben die individuelle optimale Lösung ausarbeitet. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.